Was geht ab Freunde, Sascha von Skillgaming zuvor das Video und herzlich willkommen zu einem Pack Opening in FIFA 14, nicht in FIFA 15, weil ich in FIFA 15 noch nicht so viele Coins habe, also ist schon eine Menge, aber noch nicht so viel habe ich mir gedacht, weil ich Bock auf Packs habe, gehe ich nochmal in FIFA 14 rein und ziehe da meine ganzen Münzen runter, ich habe noch 438.000 noch viele Teams, aber die werde ich jetzt nicht verkaufen, habe ich keine Lust zu und daraus werde ich dann so ein kleines Best-Off zusammenschneiden, also ich mache jetzt nicht so ein normales Pack Opening, wo ich jedes Pack zeige, sondern nur die besten und ja, ich hoffe es gefällt euch jetzt zwar in FIFA 14, aber ja und die Animation ist auch anders, wir haben hier sogar 15.000er Packs, die werden wir auch gleich alle ziehen da und ja, ich werde das wie gesagt zusammenschneiden und dann beginnen wir jetzt einfach mal mit dem ersten Pack, 15k Pack. Das erste, mal sehen, wen wir gleich mal hier drin haben, es ist Mario Gomez und 15.000er Skilla Assayidi und sonst, ja, Verträge, die brauchen wir ja nicht mehr, ich will die ja nur alle ziehen, mal sehen, was ich hier noch so ziehe, Gomez 86, aber ist auch nichts wert, hat ein Downrate bekommen, Moment, in FIFA 15, Logo 86, war ein Rating zu hoch für ihn und ja, dann sehen wir uns beim nächsten guten Pack wieder, also bis gleich und bleibt dran. Bisher läuft es nicht so gut, erstes Pack war glaube ich das Beste, aber war auch nur Gomez drin, also noch kein rechtlich tonen Spieler gezogen, wie soll es auch sein, aber jetzt vielleicht, Adrian Ramos, nee, drin ist, James Rodriguez, ohjo, aber es sind richtig seltene Spieler hierbei, ich weiß nicht, wie viele noch wer das, James Rodriguez, Nee, Real Madrid meine ich, ja, ich zeig dir den von Monaco an, ja, ja, ist klar, gucken wir gleich mal schnell, ich speichere hier erstmal alles schnell hier im Verein, auch Transfer ist so, aber mehr Euro, nee, die sind nicht alle nix wert, Kabul, ja, die kann man mal schnell rausstellen hier, ich kenne mich mit den Preisen überhaupt nicht aus, weil ich ja kein Führerfeld mehr spiele, aber Packs kann man ja immer gerne noch öffnen, das ist ja, meiner Meinung nach, die Lieblingsbeschäftigung vieler Leuten in FIFA. Gucken wir jetzt einfach schnell, wie viel James Rodriguez wert ist, ja, 3,5 wird geboten, das geht auch noch, 5,000 wird auch geboten, also stellen wir mal kurz für 3,5 rein und dann mal sehen, wie viel da weg geht und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Pack, gleich wieder hoffentlich ziehen wir noch bessere Spieler, die noch mehr wert sind, würde mich drüber freuen. Marco Reus, yo, und Basakli, was geht denn hier auf einmal ab, wie tue er jetzt in Basakli, der ist glaube ich nur noch 1.000, 2.000 Münzen wählt, ja, den brauchen wir nicht rausstellen, die kann man auch abschossen, auch wenn er vielleicht 200 mehr in Münzen bringt, aber es ist egal, wir haben Marco Reus gezogen, den habe ich nämlich schon vereint, wie viel ist der denn noch wert? 35.000, unser erster richtig teurer Spieler, würde ich mal sagen, 12 werden drauf geboten, keine Ahnung, ich stelle ihn auch nur für 12, ne, 15.000, sag ich mal, einfach mal drauf. In FIFA 15 ist er richtig viel wert, naja, was ist er, 100.000, glaube ich, 130.000, oh, viel zu weit, ich wollte ihn gerade für 100.000 aufstellen, weil ich davon geredet habe. 130.000 ist er, glaube ich, auf der PS4, glaube ich, wert, also PSN, da bin ich mir auch nicht sicher, weil ich ihn auch erstmal nicht kaufe, weil die Preise ja im Moment eh alle sinken, was ich selber gemerkt habe, war, als ich mal ein Steam verkauft habe mit Emi Nicke und so. Aber das geht hier schon mal richtig gut los, ja, und dann wollen wir natürlich noch auf weitere gute Packs hoffen und dann sehen wir uns beim nächsten guten Pack wieder. Also nach diesem Marco Reus Pack, also als wir Marco Reus im Pack hatten, hatten wir vier 15k Packs überhaupt nichts drin. Letztes Pack war Pete Reubois, das ist das Spiel drin, vielleicht jetzt mal einen guten Wetter, naja, Lorente, die kann man auch alle abschossen, sind auch alle nichts mehr wert. Naja, wie gesagt, nächstes Pack. So, wir haben jetzt ungefähr noch drei Packs, 15, 30, 45, ja, da fehlen noch ein bisschen zu 60, aber ich denke mal, wir ziehen noch vier, das müsste eigentlich aufgehen. Da komm ich, tiere ich jetzt mal durch, weil wir jetzt halt nur noch vier Packs haben, dass wir jetzt nicht mehr so viel überspringen, jetzt einmal dieses Pack. Und hier seht ihr, was ich in den letzten Packs gezogen habe, nämlich nur Scheiße. Diese Verträge und so, pack ich auch nicht mehr auf die Transfere, das bringt eh nicht mehr so viel. Da ich eh nicht mehr viel Fertig spiele, sondern nur noch Packs öffne. In diesem Pack haben wir vielleicht mal einen guten Spieler, nein, haben wir nicht. Können wir alles absch... Läuft vor ihm. Sollte vielleicht mal zum Friseur gehen. Oh Mann, naja. So, letztes mit meinen Packs hier, vorletztes Pack. David Alaba ist auf dem Cover, diesmal überspringen wir wieder. Und haben noch nicht mal einen seltenen Spieler drin, vielleicht nur als Duplikat. Nö, nicht mal das. Tja, dann heißt es, alle Hoffnung in diesem letzten Pack. So, komm, ist egal, wer drauf ist, einfach öffnen. Vielleicht mal ein seltener Spieler, der vielleicht mal über 2 Tonnen Wünschen wert ist. Und... Mazzukic hatte ich gerade eben auch schon. Und Fetongen & Richards. Mazzukic habe ich gerade eben abgestoßen. Ich denke mir, das ist nicht viel wert. Nö, nein, das ist echt nicht. Ich dachte schon. Aber den kann man trotzdem mal raufstellen. Und dann war es das schon. Von diesem Pack-Opening zu FIFA 14 vertongeln. Ja, komm, stellen wir einfach mal raus. Auf. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn ihr weitere solche Pack-Openings sehen könnt. Hier haben wir noch 1000 Münzen gezogen. Also von FIFA 14 noch sehen wollt. Dann mache ich noch ein zweites. Verkaufe ich noch meine wertvollen Spieler, die vielleicht noch etwas wert sind. Dann mache ich das. Und dann mache ich für euch noch ein kleines Pack-Opening. Nochmal zu FIFA 14. Das wird dann allerdings das letzte sein. Aber nur, wenn ihr das wollt. Wenn ihr die 10 Likes knackt, dann überlege ich mir das. Also dann mache ich das sicherlich. Und ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn das euch gefallen hat, haut rein. Bis zur nächsten Folge. Denkt mal, nächste Folge kommt da wieder irgendwas zu FIFA 15 in Serie. Oder keine Ahnung was. Pack-Openings zu FIFA 15 werden natürlich auch reichlich noch kommen. Aber da brauche ich noch ein bisschen Zeit, Münzen zu erspielen und so weiter. Werden wir wahrscheinlich noch eine PSN-Kart zulegen die nächsten Tage. Werdet ihr alles noch sehen. Also haut rein. Bis zum nächsten Video. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Sonst Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.